Letzte Woche habe ich gelernt, dass man aus den regionalen Produkten geschmacksintensivere Gerichte kochen kann. Die Farbenkonsistenz ist sehr viel besser bei frischen Produkten. Das merkt man beim Essen, beim Anschauen. Mein Name ist Patricia Keller und ich lehre Köchin im ersten Lehrjahr. Es ist mega cool bei uns, wir haben es mega lustig. Es ist ein Hammer-Team, es ist eine Hammer-Arbeit. Du hast Spass beim Arbeiten, ich finde das als Wichtigste. Sie schauen gut, sie sind lieb. Also in der Klinik wird dir sehr viel mehr Aufmerksamkeit geboten. Wir haben alle Monate einen Lerntag, wo wir das Gelernte in der Schule ins Praktische umsetzen können. Du hast geregelte Arbeitszeiten und du hast einen geregelten Alltag generell. Und darum finde ich es besser in der Klinik zu lernen, als in einem Alacart-Betrieb. Jetzt habe ich dir etwas von unserer Klinik erzählt. Es ist mega cool bei uns, bewirb dich jetzt! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.